erst so sind da stehen bretter aber wer arbeitet es schon um ein uhr in der nacht hier um halb 1 gewerbe mit der immobilien da ist einfach erst so dass wir deshalb einer kranken waren eingestiegen ja alles klar und zufrieden bekämpft herrscht hier sind hier nicht betten viel oder kämpfer sind unzufrieden ja ihr werdet ja auch nicht niemand kann euch leiden deswegen seid ihr wahrscheinlich unzufrieden kampf der luftverschmutzung was ich denn machen durch park setzen oder bäume oder so und jetzt habe ich wahrscheinlich gewonnen in dieser mission geworden wenn ich hier bäume setze jetzt ja komische wechsel einfach nicht so das natürlich ist logisch die paar bäume mehr wenn es auch nicht bringen abwasser intro oje ist wieder so richtig alles nice verstopft hier da habe ich noch ein bisschen viel gebaut hier wenn nicht er muss vorsicht aber noch was abreißen ja so vielleicht die straße noch mal upgraden hier ist ja schon ordentlich verkehr drauf vielleicht brauche ich noch eine schule ja oh gott was ist das denn so ich will mal jetzt ein bisschen spaß hier drin haben bis zum ende schon ja gut ich bin ja alles sowieso nur da rein bringt es wahrscheinlich auch nicht wirklich eine grundschule 16.000 so wenig simoleons schön 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 ähm ja vor allem im industriegebiet jackman hills das ist natürlich pervers pervers perfekt was soll das denn hier per ich finde es pervers das arbeiter kommen nein aber was was wollte ich mir jetzt noch mal irgendwas wollte ich über simcity sagen oder über andere sachen also ein jahr vielleicht noch eine kurze angehörnigung minecraft geht bald in eine längere pause aber vorher kommt noch ein kleines minecraft special da gibt es auch was zum download hier wahrscheinlich diese eine moderne häuser map da ist noch ordentlich was zugekommen ähm und ja 50.000 jetzt können wir gleich eine schule bauen je hat er da die georgfrau auf dem bild keine ahnung nur 1002 ja wie das teifel der hat so viel aber gibt so viel geld aus für irgendwelche riesigen straßen die man überhaupt nicht braucht ich bin mal gespannt was der macht wenn äh wenn der pleite ist wahrscheinlich schwarzgeld wie in münchen ja so bildung ähm nee wo waren denn die schilder waren nicht hier genau gumna gumna gumnasium gumnasium in der region hallo hallo du schon noch ein gymnasium in der region wie dumm sind die eigentlich man braucht kein gymnasium für diese schilder hallo und vielleicht noch zur unterstützung gleich hier so ein ding 3,7 überschutzt 5000 komm mach mal hin ne wahrscheinlich nichts rum äh ja 31 7 geile scheiße 10 prozent das mal steuererhöhung wir hinterziehen wenigstens keine steuern und da ist schon der gute herr schulleiter wahrscheinlich in der schule und da ist das hier der rektor steamer skinner so sieht die schule ein bisschen aus von den sincens ne so ein bisschen auf jeden fall ja ich meine denk mal das wärs erstmal mit dem ersten part hier also eigentlich ist es ja schon der 24 mit dem cd ich denke mal die serie wird jetzt ein bisschen weiter gehen bis dahin und tschüss tschüss tschüss